Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück in der letzten Mission, mussten wir uns einen LKW kapern, jetzt sind wir da ruhig mitten drauf und... Die lassen uns hier sicher nicht kampflos abziehen, sichern Sie den LKW! All klar. Was, wir hatten mal jetzt geschwörst damit. Das hört mich nicht schlecht. Kampflos abziehen, sichern Sie den LKW! Okay, dem muss ich ein bisschen Spaß damit werden. Falsch, das war mal der LKW. Oh Gott. Ach so! Ach so, ich bin eine Art Escorte. Ich bin die Leute hier wieder eben draus. Ach, muss man ja sagen. Ja, knallt sie ja. akan. Kanso sticks undna Coca Ach so, ich gebe natürlich die Munition alle hier. Panzer von rechts! Ey, ich kann ja nicht gegen 20 Panzer kämpfen, was soll denn der Scheiß auch? Verdammte Scheiße, du regierst euch auch nicht. Ähm... Genau! Ähm... Ansonsten Ohh Gott! Ja, ich bin mir auf. In beiden! Kom! Ja, der ist schon so vorne. Ja, ich bin mir! Hey, der ... Ja, ich bin besser. Ich weiß nicht, dass ich immer im Leben bin. Ich weiß nicht, dass ich bei uns keinem Tor nicht. Deswegen würde ich nicht mehr machen. Übrigens wirklich nicht, wenn hier irgendwie Kraft ist. Meine Katze spielt hier gerade Macke. So weit ist so gut. Neun Schuss habe ich noch. Ist ja nicht so schlecht. Wiggi! Ey! Moment Leute. Ey! Guck mal klar! Oh man. Leute. Ich habe einen guten... Was ist denn das für einen Scheiß jetzt? Sorry. Ich habe einen Hinweis für euch. Wenn ihr keine Katze habt, holt euch auch keine Katze. Oh man. Ey! Ey! Moment Leute. So wie ihr da Leute. Ähm. Ja. Habt ihr jetzt vielleicht etwas beruhigen können? Ähm. Ne. Nicht wirklich. Ähm. Mann! Du stärkt! Ich bin mal tot! Ei! Nette Sache! Ich bin richtig gut! Ich bin richtig gut! Was ist denn ein Panzer? Was war denn da hinten? Ach! Das konnte ich nicht gesehen. Ach, da ist ein Panzer. Muss mir keiner sagen. Verteidigen Sie den LKW Barnes! Ach, lecker. Ach, war doch endlich Moni. Ich muss gar nicht so galtig sein. Ich dachte mir aber auch keiner. Weil ich kann doch nicht nachbleiben, wenn ich will mit dem Scheiße hier. Panzer auf Zettwur! Panzer auf Zettwur! Wo, wo denn? Ach! Hallo Panzer! Hallo, mein Turbot. Oh ja, das ist doch nicht wahr. Einser auf Zettwur! Tch! Halt auf Zettwur! Rechts in die Bäume, du machst sie fünkt! Baam! Soll ich schon hier draufny. 12 Uhr ist hier Schnauze Autsch Auch sehr nett Schnauze 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 Ich bin rechts! Meine Fresse ey! Was ist wo denn rechts? Ach! Ich bin rechts! Wo ist denn da? So fucking unfair, Alter! Moment Leute, ja, wer da. Aber ich hatte sie ausgeschmissen. Ähm. Verlade uns zu ihr nicht. Ey, das ist... Ich krieg gleich hinterfüller, ey. Schattelte. Hm. Okay, du bist auf. Was hört denn hier noch? Ist ja China mehr. Ja, klar. Der fand's auch mit dem Entschluss gleich instant kalt. Indig gut. Okay. Und der macht mit dem Entschluss kalt. Und der macht mit dem Entschluss kalt. Und der macht mit dem Entschluss kalt. Blöp. Arsch. Ey. 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 Ach ja. Jut, leute. Mann sieht sich im nächsten Part. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.